Foyerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wunderkampf mit Miri. Wundertauschkampf, Wunderkampftausch. Ja. Und wir fangen an, dass wir unsere sechs Pokémon, ich sieben, weil ich letztes Mal verloren habe, wegzutauschen und danach noch eins, ja, eins umschlagen. Obendrauf, eins untereinander. Gut. Kann ich beim zweiten Mal, weil ich zur Zeit kein voll, kein, kein nicht vollentwickelt habe. Ja, Meilenstein, dann musst du halt beim nächsten Mal wieder rechtzeitig X drücken. Dann machen wir halt Revenge of Time. Revenge of Time und Pokéfreak. So, Jessie kriegt das erste Pokémon. Ein Flummel. Oh, ich habe ein Pokémon. Und, toll, so ein Standard-Ding. Na, das ist ja super. Zickzack? Nein, kein Zickzack. Ich sehe sie nicht von hier aus, alles gut. Ich gucke auch nicht. Okay. Oh, das kann attacken. Ich weiß noch nicht, was meins kann, dass Kuhl die später hat. Ja, hat er für einen Karpador bekommen. Du hast ihm Karpador gegeben. Nicht das mischt, holt du behinderte Katzen ab. So, Wundertausch. Nächstes Pokémon. Ich sollte den YouTube wegtauschen. Mhm. Das Thema von dem jetzigen Wunder, äh, von dem nächsten Themenkampf ist halt nicht ganz entwickelte Pokémon. Zum Beispiel Glutexo, Shillok und sowas. Ja, genau. Alles, was halt noch nicht letzte Entwicklung ist. Genau. Na, ob du dafür überhaupt Pokémon hast? Ah, das weiß ich nicht. Also keine trainierten, nur Schrott. Bin schon gespannt. Oh, nach Gengar. Woo, Gengar in Deutschland. Hier, bitteschön. Das ist ein ganz tolles Pokémon. Woo. Woo? Mr.Ballon, dankeschön für deinen Follower und willkommen bei den unfähigen Balouinenten. Du hast wieder irgendwas gekriegt. Ja, ist ganz gut. Ja, meins ist so, meh. Meh. Also theoretisch ein Wunderkampf und du hast alles nicht ganz entwickelte Pokémon. So, das Nächstes kommt dann vor Stelka weg. Tschüss. Und bei mir Osevia. Tschüss. Ich bin echt gespannt, was jetzt schon wieder kommt. Bestimmt wieder nur Schrott. 31 R Gillette zu dem Abi. Ab, Abdi. Alter. Herzlich willkommen bei den unfähigen Balouinenten. Danke für deinen Follow. Los. Mein großes Dingsbums. Oh nein. Es geht nach Kanada. British Kolumbien. Da gibt es ein... Naja. Ich fahr gar nicht. Tschüss. Skeptile. Skeptile. Skeptile? Ich krieg gerade nur Scheiße. Nur. Kapador. Nur Kapador. So schlimm ist dann doch nicht. Aber auch nicht viel besser. Gut, dass ich noch einmal mehr tauschen darf als Mili. So gemein. So ein Scheiß. Und als nächstes geht weg. Mainz Koppel. Wiedersehen. Oh, Mainz geht nach Frankreich. Wegen was Schlechtes? Nein. Mist. Ein Flunkiefer. Oh. Das ist okay. Nicht mich nach Spritzen. Nicht? Bitte? Los, Koppel. Sappere, Jau. Super Pokémon. Mainz geht nach in die Vereinigten Staaten. Denkt dran, wenn ihr seht, was wir für Pokémon kriegen, dann schreibt bitte nicht rein, oh, das Mute ist voll overpowered, sondern schreibt einfach, oh, voll cool, dass du das gekriegt hast. Mehr aber nicht. Dein Stream hängt bei dir, oh, dann, ähm, hängt leider ein bisschen an Twitch, dass ich halt noch kein Twitch-Partner bin. Frankreich Fromage. Ja. Fromagerie. Und noch einer. Oh, ich tausche jetzt Zander weg. Nein. Miri tauscht Zander weg. Nein. Das ist so traurig. So. Witzig wäre, wenn Zander das auch machen würde, wenn man ganz gerade zufällig Pokémon spielt und sich Zander selbst ertauscht. Das wäre so witzig. Ja. Tschüss, Nidorina. Keine Süße. Nochmal, kann mir jemand das Thema schreiben? Okay, ähm, ich schreibe es ihm. Nicht vollentwickelte Pokémon. Na hoffentlich weiß er, dass er dran ist. Ja. Oh, was ist denn das schon wieder? Praise the sun. Obhut von Dan Man. Dan the man. Ist das nicht mein Wise Guys? Ach, meine Güte, was kriege ich denn hier gerade für eine Kacke? Ja, ich kriege auch noch Scheiße. Ne, Miri kann doch nicht nebenher streamen. Pokémon wird sowieso immer so eine Sache, ob das funktioniert. Das Problem ist, Pokémon kann sowieso nicht, weil wir nicht zwei Aufnahmen in 3DS haben. Doch, aber der eine geht nicht. Der eine geht nicht für Online-Spielen. Ja, richtig. Und der nächste Wundertausch mit, was haben wir hier? Oh, so ein Scheiß-Pokémon, ehrlich. Guckt euch das mal an, das ist so traurig einfach. Ja, finde ich auch. Oh, Scheiß. Shiny for Shiny. Hier, das ist ein Shiny. Shiny for Shiny, ja. Was wir heute mal davon haben, wenn wir so ein Shiny haben. Das geht nach Puerto Rico. Oh, du Arsch. Trade to Evolve, please. Oh, schickt ihr mir jetzt irgendwas, was sich dann entwickelt, wenn das mir schickt? Das wäre natürlich witzig. Haben wir noch letztens beim Stream darüber geredet? Ja. Nein. Nein, leider nicht. Das ist so traurig. Es tut mir so leid für dich. Ja, mir erst. So, danke für die Angriffskraft, finde ich super. Bringt das eigentlich was nachher im Gegeneinander? Nein, es wäre sehr unfair. Es müsste die Wunderttauschkraft geben, das ist was Besseres beim Wunderttausch. Oder dass dein Pokémon immer auch eins aufgewertet wird. Sehr gut. Oh, Mann. Wunderttausch. Und mein... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, ich habe schon sechs. Du auch? Du darfst doch noch eins mehr tauchen. Ja, genau. Jetzt muss ich mal gucken, welches das Schlimmste ist. Oh, mein Nerven. Ist das scheiße alles. Ist das kacke. Ich glaube... Ach. Komm. Tausend beschuppelt weg, es hat nur Abschlag. Voll scheiße. So einschneiden. Wie lange streamen wir? Wahrscheinlich bis 9 Uhr, würde ich sagen. Ungefähr. Ja, genau. Und meins geht nach Pennsylvania, Vereinigten Staaten, zu Ash. Oh, Ash. Hier hast du einen Schuppet. Viel Spaß damit. Wäre natürlich cool, wenn er jetzt eine Nasslock macht und so einen Schrott-Pokémon kriegt. Das wäre so... Ach, leckt mich doch am Arsch. Alle. Also ich glaube, hiermit kann ich nur verlieren mit dem Team. Bis 9 Uhr kommt jetzt nur noch Pokémon. Ja. Wir hatten ja heute dreieinhalb Stunden, fast vier Stunden Woodlife. Und da haben wir erstmal genug von. So alle getauscht? Ja, jetzt muss ich nur eben alle Pokémon in meinen Inventar. Ja, richtig. Kann man das irgendwie auf einen Schlag machen? Nein, oder? Also nein. Sechs Stück auf einen Schlag geht nicht, weil du ja sonst nichts mehr im Team hast. Wir müssen auch noch die Würfel... Ähm... Die Würfel... Oh stimmt, wir müssen ja noch untereinander tauschen. Richtig, richtig. So traurig, mein Liebes. So traurig. Wahrscheinlich erwürfelst du mir jetzt auch noch das beste Pokémon weg. Oh ja, das stimmt. So wie ich das kenne. Oh Mann. So, okay, bin durch. Ja? Das wird so ein trauriger Kampf. Dann guck mal nach dem... Äh, habe ich irgendeine Homepage offen irgendwo? Ich muss den Tippy streamen, warum ist das nicht offen? Da. Nehmen wir das so lange. Ähm... Würfel. Wie habe ich den letztes Mal gefunden? Würfel. Online virtueller Würfel. Jawohl. Okay. Dann würfeln wir für mich zuerst. Ja. Ich tausche weg Pokémon Nummer 3. Und Miri muss wegtauschen Pokémon Nummer 5. Yay. Yay. Nun denn. Ich glaube, es hätte mich schlimmer treffen können. Ich weiß nicht, was mein Fünftes ist. Yay. Gut, dass das gar nicht lange dauert. Nö. Nö. Ich finde eure Videos und Livestreams richtig cool. Ich finde auch die Ideen, die ihr habt sehr cool. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Dankeschön, Mojang. Auf jeden Fall machen wir weiter so. Irgendwo sind denn meine Pippen. Hallo, Mende. Nein, du bist ein Kack. Bitteschön. Nein. Das ist so ein tolles Pokémon. Ich habe mich so darüber gefreut. Hi, ich bin neu im Stream. The Lord King. Willkommen. Ich meine, also meins ist ein bisschen besser. Das war beim schlechten Account. Das tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Doch schon, weil mein ganzes Team dadurch wenigstens ein bisschen aufgelebt wird. Dann wird es nicht. Nein. Das Pokémon kann nur eine Attacke. Wow, meine kann zwei, was du bekommen hast. Ja, eine Attacke mehr. Unnütze. Ja, das war's. Beim Tauschen soll jetzt geht's ab in den Kampf. Ja, ich muss erst mal meine noch ins Inventar tun. Das ist so traurig. Ich meine, ihr seht das ja, was ich habe. Das ist so traurig. Ich habe meine noch in den Boxen, ne? Ja, ist okay, ich warte immer auf dich. Dankeschön. Habe gar keine Wahl. Ja, bitte. Tja, das ist echt blöd, dass das Stream immer hängt. Es ist echt traurig. Ja, schon irgendwie. Weinstein schreibt, er war bis jetzt bei allen Streams dabei. Das ist richtig cool. Ja, der erste, der meinen Namen richtig ausspricht. Ja, freut uns. Was? Ja, wir haben deinen Namen richtig ausgesprochen. Männle. Glückwunsch. Kommt wahrscheinlich aus dem Zwäbischen. Wegen dem Le. Das kann schon diskriminieren, ne? Nein. Ich kann das diskriminieren. Du fühlst dich jetzt diskriminiert von mir? Ja. Ganz schön. Also, forderst du mich zum Kopf raus? Okay. Miri, die Omi. Ich bin, woher... Nein, nicht Omi. Scheiß Spielchat. Haben wir das nicht deaktiviert und ich werde trotzdem die ganze Zeit gefragt? Ja, eigentlich schon, ne? Ich habe das auch deaktiviert, meine ich. So ein Kack. Dankeschön, Xenaron. Freut mich, dass wir dir gefallen, was wir für einen Blödsinn machen. Kommt aus Baden. Das ist jetzt aber diskriminierend gewesen. Miri aus Baden-Württemberg. Ja, aus Württemberg. Aus Miri aus Württemberg. Du bist so doof, ehrlich. Mir jetzt sofort zu werfen, dass ich diskriminiert bin. Aber selber kann ich euch besser sein. Der hat echt ein Problem. Ach du Scheiße. Du hast ein viel besseres Team als ich. Das war voll Glück. Aber Gold war das nicht so gut. Nein. Ich habe aber ein Shiny bekommen. Welches denn? Sag ich dir nicht. Du hast ein Shiny bekommen, du Cheetah. Ja, ich habe ein Shiny bekommen. Miri hat ein Shiny bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer den Kampf gewinnt. Das erste ist dein Pokémon. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Dankeschön. Machst du das eigentlich immer extra? Aber ich kenne, oder was? Ja, natürlich. Mit irgendeinem Scheiß muss ich ja anfangen. Und dass die, die von dir bekommen, immer scheiße sind, kriegst du die als Erste. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und du sollst natürlich was Gutes an. Ja, natürlich. Warum soll ich den Schrott einsetzen am Anfang? Das ist doch Schrott. Ich weiß gar nicht, was der kann. Oh, wow. Grübler. Na gut. Wow. Oh nein. Okay. Los, zurückschrecken, bitte. Oh, das arme, kleine Ding. Nein. Das prügelt sich jetzt. Wow, macht das total. Das ist einfach so schlecht. Alter, wie oft denn noch? Sechs Mal. Was? Das sind falsch. Sechs Mal. Das kann so oft treffen, dass das irgendwie ein Bonus. Was ist denn das für eine Attacke? Ich kenne die Attacke nicht mal richtig. Prügler. Ach, das gesamte Team. Je mehr Pokémon, desto mehr Angriffe. Oh, wie? Ich hau noch mal drauf. Vielleicht habt ihr überlebt. Ja, ich glaube nicht. Vielleicht geht es ja da. Warum nicht noch mal Kopfnuss, wenn das nicht beim ersten Mal... Was, wenn du jetzt nur zweimal getroffen hättest? Was du auch hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, noch mal. Hau drauf. Oh, einmal geträttet. So eine Scheiße. Warum mache ich sowas überhaupt? Ich dachte, es wäre lustig, wenn ich nicht immer die gleiche Attacke einsetze. Ja, weil lustig. Aber es ist behindert. Voll für den Arsch. Was eine Kacke. Wie kann ich... Wie kann es denn sein, dass genau dann nur zweimal... Ja, um dich zu ärgern. Das ist zum Heulen. Wer übermütig ist, der kriegt sowas mal. Ah, das ist zum Heulen. Das ist nicht traurig. Du feinst jetzt in die Tasse. Ach, das ist doch ein Scheiß-Pokémon. Ich habe nicht gesehen, was für ein tolles Pokémon das ist. Das hat bestimmt auch eine starke Attacke. Jetzt kommt dir irgendwas. Jänner oder so ein Scheiß. Au. Aber es hat eine hohe Verteidigung. Ach, nein. Du mit deiner Behindertenverfolgung kannst du mich mal gerne haben. Nee. Was ist euer Lieblingssport und habt ihr eine, fragt JB Cool. Nein, nicht wirklich. Das ist faulend. Ich habe keine Lieblingsattacke. Quatsch, kein Lieblingssport. Ja, ich habe auch keine Lieblingssport. E-Sport, so zocken und so. Wenn das zählt, ist es okay. Dann Gerardack ist ziemlich arschig, ne? Das muss man schon mal sagen, oder? Das ist, glaube ich, das einzig gute Vorkommen, oder? Ist das shiny? Nein. Nein, das ist nicht. Der Gerardack ist vorhin schnell, ne? Oh. So schnell wie Aero-Dackte. Nein! Bitte, komm durch. Ja! Nein. Was ist denn das? So ein Scheiß. Oh, Mann. Nein, Gerardack. Ja, wenn das nicht effektiv ist, warum soll ich es drin lassen? Magne meins. Bloß, hab eine Elektroattacke, bitte. Es kann Opond, glaube ich, oder Teckel, oder sowas. Nein, es kann eine Elektroattacke. Das kann Elektro-Teckel. Pass mal auf. Elektro-Teckel. Hör doch mal auf. Elektro-Teckel, go. Hau nicht selbst. Nein. Warum hauen dich nicht immer nicht selbst? Wow. Wow, du hast mir das beste Pokémon gegeben, als ich immer im Leben gesehen habe. Oh, meine Nerven. Was ein Kack-Pokémon. Hau dich selbst. Oh, wir hätten eigentlich wieder eine Abstimmung machen müssen. Wer gewinnt den Kampf? Ja, stimmt. Los, Miri. Theoretisch müsste man dem Zuschauern erst einmal beide Teams zeigen und dann müssen die entscheiden, wer wohl gewinnen wird. Oh, nein, die wird zurückgeschreckt. Oh, nein. Oh, nein, Magne-Miete. Magne-Miete stirbt. Magne-Miete. Ja, Schnup hat eine Weiterentwicklung. Ach, du weißt schon, dass du ein bisschen nervst gerade, ne? Und du mit deinem Geradax nicht, ne? Nee. Ich habe gerade mal eins von deinem Pokémon down. Jetzt wein doch nicht so. Ha. Rals. Rals. Und das kann was? Weiß ich nicht. Ein bisschen was. Oh, nein. Ja, Rals ist voll schlecht. Autsch. Komm schon, das tut weh. Ah. Nein, das ist ja jetzt okay. Hey. Autsch. Oh, Arsch. Mein Angriff senken. Nein. Tschüss, Rals. Ach, Mann. Und was hattest du weggetauscht? Ein Rals. Ähm. Ähm. Was habe ich nochmal weggetauscht? Habe ich doch gesagt. Ich habe es vergessen. Na. Mist. Weißt du, das Problem ist, ähm. Du hast mein Rals getötet. Das hat der Abgangsbund. Und ich habe die Attacke nicht als erstes eingesetzt. Ich dachte, das würde vielleicht funktionieren auch in der zweiten Runde. Tut es aber nicht. Nein. Hab ich gemerkt. Oh, du Nervense... Haha. Du Ar... Oh! Rache ist süß. Rache ist süß. Oh, ich sehe gerade, das ist gar nicht so schlecht, dieser Blätte. Was heißt das? Sabelai. Sabelette. Sabelai. Sabelette. Kann ich gegen dich kämpfen? Fragt gerade Kopter. Wir machen gleich Themenkämpfe. Du musst dann einfach rechtzeitig... Oh, nein! Rechtzeitig gedrückt haben. Oh, du hast ein Ganoville. Süß. Shiny. Shiny Ganoville. Ist das nicht niedlich? So süß. Ja. Was kann das denn enttacken? Nein! Nein! Herzlichen Glückwunsch. Das hat es ja gebracht, uns beiden. Wow. Das ist eine gute Runde. Autsch. Macht gar nicht mal so viel Schaden. Das ist ganz okay gewesen. Was? Das war doch nicht okay. Ja, mehr Schaden habe ich aber auch nicht an dir gemacht vorher. Du willst lieber One-Hit, ne? Alles, was One-Hit ist, findest gut. Ja. Hey, Baloui, wie findest du die zweite Generation? Alter. Ne? Alter, schon ein bisschen viel verlangt. Die hast du auch gar nicht gespielt. Genau. Boah, das scheitbar. Schon ein bisschen, ne? Nicht mich beißen. Ich bin ein Geist, Pokémon. Du darfst mich nicht... Ach! Scheiß Cheetah. Gleichfalls. Cheetah an die Wand. Aua, 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 aua. Ich will das Shiny Ganoville. Was willst du dafür haben? Ich will ein Shiny Ganoville dafür. Bäh. Bäh. Ich habe ja nicht, wie ein Baloui wurde zurückgebracht. Ja, wie Baloui. Nein! Woher wusstest du das? Ich hätte auch das andere verwehrt. Cheetah. Das hat kaum auch gebraucht. Irgendwas, was geht nicht, was bringt. Nicht töten, bitte. Ist ganz süß und lieb und niedlich und nein. Ja, cool jetzt. Ach, bitte. Und wenn ich mich jetzt auch noch... Komm, jetzt bringt dich selber um. Das gibt's doch nicht! Das war ein guter Auftritt. Das hat voll viele Attacken gehabt. Das war voll mega gut. Ja, das hatte einen guten Auftritt. So eine Scheiße. Würdest du mich einen verarschen gerade? Warum hast du noch einen Reiz? Weil ich zwei habe. Ist schlimm genug. Das hat auch Abgangsbund. Sag ich dir nicht. Oh, es hat Schattenstoß. Gesterben. Ach, meine Güte. Meine Pokémon machen einfach nichts an Miri. Warum wollt ihr alle das shiny Galo will? Ist das so selten? Ja, anscheinend. Ist das selten? Schreibt es mal in den Chat. Aber kann ja nicht seltener sein als andere shiny. Eigentlich ja nicht. Das macht so viel Schaden. Du bist so ein Scheiß-Cheater. Oh, er kriegt es schon wieder. Aber es scheint irgendwie nicht so einfach zu sein, so eins zu kriegen. Sonst würden es ja nicht alle wollen. Das ist mir so auf den Nerv. Das ist so gemein. Gera Dax. Gera Dax nicht das jetzt. Klar, wenn du sie wieder verwirrst. Nein. Was hast du denn noch als Pokémon? Soll ich dir nicht? Ich habe doch noch zwei. Du weißt doch beide. Nein. Du kennst beide. Natürlich. Ich hatte beide schon im Einsatz. Ach, das andere. Sabelei. Sabelei. Komm, bitte töte es. Ja. Nein. Manu. Aha. Verdammt. Tschüss, Gera Dax. Was hast du denn noch? Äh, warte. Ganz toll. Sablette. Ja, aber gegen das konnte ich ja gar nicht so viel machen. Ich habe jetzt noch eine Ente, Gano, Will und Golbert. Eine Ente. Super. Ja, du kannst nichts machen. Ich bin nur tot. Fast. Weil du es hattest, ist es selten. Ach so, weil Miris angefasst hat. Ich habe es angefasst. Ach du Scheiße. Wie auch du Scheiße. Ja, dann Golbert, ey. Was ist los mit dir? Lauter Flug-Pokémon. Wenn ich ein... Ja, okay. Wenn ich ein Stein-Pokémon oder ein Elektro-Pokémon dabei gehabt hätte, wäre es vorbei gewesen. Ja. So ein Kack. Glückwunsch. Hast du schon wieder gewonnen. Bist du stolz auf dich? Ja. Aero-Daktyl. So eine Scheiße. Hätte ich den Abgangsbund mal Instinct gemacht, aber dann hätte ich ihn einfach ausgetauscht. Wäre dir auch egal gewesen. So, dann war es das mit dem Wunderkampf für heute. Ja, das war es mit dem Wunderkampf. confirm. Liebe, was Vampire Installation. Oh, otras. Ich kann mich einfach nur ganz Duderk tierra drehen. Uns Plan, ich kann mich verbessern.